Wir sind so retro-tastisch mit es. Aber jetzt geht's ab, denn jetzt kommt DEATH ROOM! Kommt gar nicht nach, ey. DEATH ROOM! Wir kommen, VIRGIN! SELECT RUNNER, SELECT DOMAIN! Oh mein Gott! DEATH ROOM gibt es, wie ich gerade hier im Internet gesehen habe, sogar als Abandon... Abandon... also auf Abandonia.com. Und sich das runterladen. Wir spielen die Demo. Aber wir spielen die Demo! Unserer Retro-Maschine hier. Benzium... mit dem Benzium Prozessor. Zipper Games. 1A Zipper Games. 1A Zipper. 2A Zipper. Ach ja. Wir haben eine MMX gefunden! Komm, komm! Es ist your turn. Ach, dann müssen wir wieder auf die altbewährte Kameramethode umschwenken. Aufnahme läuft. Zipper Interactive. Jetzt flimmert das aber. Citrus Avenue! Citrus Avenue! Was ist das? Max! Hab ich jetzt irgendwie Vollbild gemacht, angewählt? Ich hab's gestartet, dann ist es Vollbild geworden, ne? Set controls. Keyboard only. Wir haben keinen Joystick am Start. Ja, passt schon! Wir haben bis jetzt keine Spiele mit Controls. Start! Single Start! Go! Sieht schon wieder aus, als würde es zu schnell laufen. Brutal ist. Bass! Ich kann es mal auswählen! Select Domain Alcatraz 2. Datalog! HOLD TIGHT! GENERALS AND MEDERATE! CRIMINALS AND MEDERATE! GENERALS AND MEDERATE! Who kills me, Kriya to escape? Wo kennst du das? Ich kann so eine Linie hinter mir ziehen. Das kennen wir irgendwoher, Tron. Geil, das geht ab! Das geht auch wieder ein bisschen aus, als würde es zu schnell laufen, unter Umständen. Das erinnert mich jetzt gerade irgendwie an, das ist das Windows 95 Spiel. Wie hieß das? Hover? Hover? Jetzt habe ich Nitro. Das hat doch voll die Auflösung, ne? Jetzt mal ohne Witz. R46 400, ja. I've been locked up. So hoch aufgelöst aus. Wo sind wir die Gegner? OUCH! OUCH! Hallo! Das ist so das... Was ist passiert? Da waren gerade Flammen in Menschenform. Ich bin ein grausam verbrannt im Wrack. Matthias Jones. Matthias Jones. Ich habe den Spiel gegeben. Das ist voll das Mario Kart. Das ist voll das Deathmatch hier. Ich will noch mal jemanden zerstören. woher wurde der Fall? Oh man. Kann man denn da springen? dass das teil die feder von mario da schöne ne wo ist er? so wild links von dir Gesehen, dude? Ja, voll geruhlt. Advanced. Exit. Wo ist denn der Exit? Rechts, glaube ich. Weiter rechts. Da. Cool. Was liebte dir. Brutal is with a barrier. Ziemlich übeles Spiel. Du hast doch voll drauf. Magst du auch mal? Ich glaube nicht. Ich habe damit. Ich glaube nicht, Tim. End of your name. End of your name. Cracky. Your killing will be legendary. Ja, wir entschuldigen uns für die Reflexion auf dem Fernseher, aber es ist so schön sonnig. Caroline. Jimbo. Jimbo. Der war aber schlechter als wir. Guck mal, der hat zwar vier Kills, aber... Nur Knorunkolos fehlt. Knorulunkos. Knorulunkos. Huhn Knorulunkos. Start the game. Wer mit dem Insider nix anfangen kann, der sollte mal uns auf Twitch abonnieren. Den Bastard hatte ich gerade. Ich nehme mal den hier. Und wir nehmen mal Alcatraz. Aber voll die Autostar-Auswahl. Hold tight. Wenn das Spiel nur 80 Pixel mehr in der Höhe hätte. Nee, in der Breite. Nee, in der Höhe. Dann könnten wir es aufnehmen. Aber es ist 640-400. Sprengen leer, dass er... Ach, verstehe. STRG ist dieser Strahle hinter dir herziehen. Alter Schwede. Ist das? Ja. Du kannst die Waffen seitektieren mit Shift. Oh yes! Diese Explosion! Da rückt's hier. Ach, voll am Schrein. Sein Nahe im Weg. Voll am Schrein. So, exit. Advance to the next area. Hold barrier. Wer war das? Ja, du pinkes Ungeblieben. Geht da hin. Das erinnert mich von der Grafik her aus. So ein bisschen an dieses Zone Raiders. Kennst du das noch? Ah, kommst du. Oh, 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 oh. Du Gamer-Eventil. Was ist Tiggerdoss? Oh my God! Ah! Ich würde sagen. Jetzt kannst du auf die Missile wechseln. BAM! 4 Kills hat er schon. Genau, du hast irgendwie einen Schlüssel, ne? Schlüssel? Ja, und links. Schleif den Weg ab, mach einen Strahl hinter dir! SRG! Kann ich nicht, warte auf! Ach, was ist das denn für ein Rückwärtsfaller? Das geht hier ab! Ist das übel! Was denn jetzt passiert? Kam dir da einer entgegen? Schmeckt denn! Mein Hund! So, ich hab einen Schlüssel, ja? Fahr schnell hin, irgendwo schon hin. Aber der grüne Feindchen zeigt vielleicht? Weg da! Ah, hinter uns! Was für ein verrückter Spiel! Du bist aufgelockt! Was für ein verrückter Spiel! Du bist aufgelockt! Ich bin! Was andersrum wär, ey! Da war ein Ki! Ein blauer! Ki! Ki picked up! Health picked up! Health picked up! Disruptor picked up! Geht schon voll ab! Halt! Naargh! Aargh! Nanoshield! Du brauchst schon alle diese Gegenstände, wenn man den Lasert. Full evil. Da! Da muss ich rein. Afgatki! Hä? Was muss ich rein? Ah! Runner Critic. Holy! Keine Ahnung. Ich hätte das Schild benutzt. Was ich wirklich gemacht hab. Die Zeit ist gleich abgelaufen. 5 Sekunden noch. Egal, 15. Ich räum hier auf! Jetzt hast du wieder eine Minute. WTF. Was ist das denn? Spotlight. In der Spotlight. In der Explosions. In der Spotlight. Mets geht voll ab. In der Destinoid. Killed mit Laser. Wie geht das? Haben die nichts genutzt? 2 in Area. 2 in Area. Achso! Da war der Exit. Schick. Krass. 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 Kompli, ey. Totem Score 46.000! Respekt. erst mal eine demo hier einfach mal so drei stunden lang umfahren okay okay jetzt müssen wir was zu tun müssen bleib stehen die machen es auch leicht, wenn du die mal getroffen hast, dann werden die dann so langsam so, nichts weh und ein U-Rekord was? voll ab 531 timebonus jetzt hab ich aber nicht so viele Punkte gekriegt nicht so viel kill, ne round 2 complete, jetzt kommt noch Runde 3 oder was? ah letzte Runde voll die Effekte ver... ich will diese Demo einfach mal durch das coole hat, hat was unterhaltsam das bleibt mega wenn du was schwörst get up schweinhund don't shoot kessler ja, Lutz Nisa ach, du kannst am Lein, wo du willst mit deiner barrier krasses spiel hei man prima domain domian yaaaaa totes droben Round 3 Completed. XRF Credits 0. Shit. Entering Combat Area. Und jetzt? Gewonnen? Es kommt Finale. Ende. Nein, ich durfte keine Highscores eintragen. Ich wär aber drüber gewesen. So was von. Ach verdammt. Cool. Danke, dass ihr dabei wart. Death Drone. Death Drone. Du hast es gerade gesehen? Ja, fies, ne? Ist nicht schlecht. Pst, don't shoot. Kessler. Ja, Lutz-Nieser. Ach, du kannst am Leiden wo du willst mit deiner Barrier. Hahaha. So. Krasses Spiel. Jemand. Prisoner reading Domain. 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 Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Torström.